Das ist Herr Krause. Herr Krause sucht das Glück. Neulich hat Herr Krause gesehen, dass man als Fußballfan sehr glücklich sein kann. Was also macht Herr Krause? Er sucht sich einen Verein aus. Dann besorgt er sich das richtige Outfit. Einen Schal, eine Kappe, ein Trikot, ein Trikotkissen, Unterhose und sogar Bettwäsche. Dann hat er sich einen Pay-TV-Decoder gekauft, dann ein Jahresabo und viele Kästen Bier. Jetzt fehlt nur noch der richtige Fußballkumpel zu seinem Glück. Doch so einer will klug gewählt sein. Und dann verliert der Verein auch noch 5 zu 0. Tja, wieder nicht das Glück gefunden, Herr Krause. Nächste Folge von Herr Krause sucht das Glück. Herr Krause lernt Prokern.